Servus bei Farmsimlog.tick. Schön, dass du wieder da bist. Heute kommt nur eine Map zur Vorstellung und zwar ein Update. Download Links sind natürlich in der Beschreibung, genauso wie die Timecodes. Sollte ich eine Map nicht gesehen haben, schreib sie mir bitte in die Kommentare, auch bei Fragen und wenn du Anregungen hast für mich. Noch was, wenn du abonnierst und die Glocke aktivierst, bekommst du jedes Mal, wenn eine neue Map-Vorstellung kommt, bzw. Video, eine Benachrichtigung. Viel Spaß bei der Vorstellung! So, die erste Map und auch die einzige ist die Giants Island 09 in der Version 1.1.2. Wie gesagt, Updates. Sie ist Seasons Ready, Beleuchtung auf Standard angepasst, dann Probleme mit Milchträger im Stall wurde behoben, Flirge Updates, Erhöhe und Erhöhte... Ah ja, Erhöhte Testversion... Testversion... Okay, einmal kurz anschauen... Kennen wir wissen, wie groß sie ist... Sie ist die Map aus LS9... Und für die anderen, die sie noch nicht kennen, gehe ich ein bisschen durch... Wir haben Transportmissionen und Feldmissionen... Fahrzeuge haben wir von vorhinein... Natürlich die alten, aber genug zum Anfangen... Sehmaschine Gruppe... Und ein Silageschild... Und Anhänger... Alles im Prinzip da... So... Irgendwo sollte eine PGA schätzt mich nicht sein... Zu verkaufen gibt es genug... Ich schätze bald sollte es auch genug geben... Oder gibt es keine PGA? Hm, okay... Kann mich auch täuschen... Aber gut... Feldpreise passen auch... Dann... Gehen wir mal das Fliegen kurz an... Ja... Die Chains Island 9... Ich glaube, da brauche ich nicht viel sozusagen... Sie ist... Wirklich eine schöne Map von Chains... Na, passt dann... Wünsche ich euch noch was... Ich bin noch weg... Like und Abonnier nicht vergessen... Bis zum nächsten Mal... Ciao...